Türchen Nummer 17 Eine Dramini-Geschichte dieses Mal und auch hier gibt es eine kleine Vorwarnung, gegen Ende der Geschichte wird es mal wieder eine sexuelle Szene geben. Also für alle von euch, die das nicht anhören möchten, so etwas nicht mitbekommen möchten, sollten, wenn es in diese Richtung geht, wieder abschalten. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Geschichte. Bibliotheks-Flirt Sie laberte und laberte auf ihn ein. Es kam nur dummes Geschwätz aus ihrem Mund. Was interessierte es ihn, welche Bitch Blaze wieder flachgelegt hatte oder welche er flachlegen wollte? Tracy-Lein, maulte Pansy, als er ihr nicht antwortete. Was willst du, seufzte er genervt. Pansy verdrehte genervt ihre Augen. Was hältst du davon, dass Blaze das Schlammblut Granger anbaggert? Sie zeigte auf einen Nachbartisch, an dem Blaze Sabini und Hermine Granger zusammensaßen und sich unterhielten. Bei dem Wort Schlammblut zuckte Draco kaum merklich zusammen. Er hasste es, wenn jemand dieses Wort gebrauchte und hatte es noch mehr gehasst, als er es noch selbst benutzen musste. Der Anblick von Hermine und Blaze, die zusammen an einem Tisch saßen, störte ihn ein wenig. Es ist Blaze Sache, mit wem er redet, meinte er nur ausdruckslos. Aber es ist das Schlammblut Granger, maulte Pansy wieder. Draco ertrug diese Pferdefresse einfach nicht mehr. Wenn du noch einmal dieses Wort benutzt, dann sorge ich höchstpersönlich dafür, dass du in Asgaban landest. Fauchte er und griff nach seinem Buch. Schnell ging er zu dem Tisch, an dem Blaze und Granger saßen. Ähm, darf ich mich vielleicht zu euch setzen? Murmelte Draco etwas verlegen. Klar, setz dich. Ich rede gerade mit Mine über Zaubertränke und wie unfähig der neue Lehrer ist. Erzählte Blaze freimütig, während Hermine ihn nur skeptisch beäugte. Ein vernünftiges Gesprächsthema. Segnet den Herrn. Er ist grottig, oder? Sein IQ ist derselbe wie der von Pansy. Wie sollen wir nur unsere UTZ machen bei so einem Trottel? Beteiligte er sich sofort bei dem Gespräch. Blaze ließ sich nur lachend auf seinen Stuhl zurückfallen und sah auf die Uhr. Was hast du? Fragte Draco erstaunt und blickte seinen besten Freund verwirrt an. Das hat Hermine auch gerade eben gesagt. Naja, außer den ersten Teil. Womit hat Pansy dich wieder vollgetextet? Mine, musst du nicht so langsam los? Dein Rotshop wartet doch sicherlich auf dich. Setzte Blaze noch hinzu. Draco sah zu Hermine rüber, die leicht rot anlief. Nein, erwartet nicht. Vergiss es einfach, Blaze, meinte sie leise und seien intensiv in die Augen. Verstanden, ich halte die Klappe. Also, Dre, erhelle uns mit dem neuesten Pansy-Klatsch, lenkte er vom Thema ab. Draco seufzte und wuschelte sich mit einer Hand durchs Haar. Sie redet wieder nur darüber, wen du als nächstes flachlegen wirst, dass dein neuestes Opfer Hermine ist. Natürlich hat sie das nicht so nett ausgedrückt, aber als sie das zweite Mal das Unwort ausgesprochen hat, bin ich sauer geworden und hab ihr gedroht. Er zuckte mit den Achseln. Hast du wenigstens zugehört, wen ich flachgelegt habe? Kicherte Blaze. Welches Unwort? Fragte Hermine. Draco starrte auf die Tischplatte. Er konnte Hermines Frage nicht beantworten, denn dann müsste er dieses Wort in den Mund nehmen und das wollte er nie wieder. Schon gut, Alter, meinte Sabini und klopfte Draco auf die Schulter. Unser kleiner Dre hier hasst es, wenn jemand Schlammblut sagt. Er hat es schon immer gehasst und jedes Mal, wenn er dich oder jemand anders so beleidigen musste, hat er tagelang ein schlechtes Gewissen gehabt. Hermine sah Draco etwas schockiert an. Es tut mir immer noch leid, murmelte dieser verlegen und konnte Hermine nicht in die Augen sehen. Schon gut, der Krieg ist vorbei. Was hältst du davon, wenn wir das Gleiche machen wie Blaze und ich? Wir vergessen einfach, was vor dem Krieg war und fangen nochmal von vorne an. Lächelte sie. Draco riss seinen Kopf hoch und sah sie überrascht an. Ja, aber kannst du das so einfach? Ich meine, ich war wirklich fies zu dir. Hermine winkte ab. Hey, ich bin Hermine Granger, Gryffindor und Schulsprecherin. Wer bist du? Grinste sie und hielt ihm eine Hand hin. Draco Malfoy, ich bin ein Slytherin und würde mich sehr freuen, wenn ich mich mit einer Gryffindor anfreunden könnte. Vorsichtig lächelte er Hermine an. Die Freude ist ganz meinerseits. Blaze klatschte in die Hände. Drei neue Freunde, wie schön. Warum kann ich alle Gryffs so locker drauf sein wie du, Mine? Lachte er. Ich weiß es nicht. Hermine verdrehte die Augen, als sie zur Tür sah. Was ist los, Mine? Fragte Draco. Rutschopf ist los. Murmelte sie. Mit hochrotem Kopf trat Ron auf den Tisch der drei zu. Was ist, Weasley? Hast du dich verlaufen oder warum hast du den Weg in die Bibliothek gefunden? Höhnte Blaze. Draco stieß ihn mit seinem Ellbogen in die Seite und deutete mit seinem Blick auf Hermine. Doch Blaze winkte nur ab. Das geht dich gar nichts an, Sabine. Fauchte Ron. Hermine, wie kannst du mir das nur antun? Wir gehören zusammen und das weißt du. Außerdem seit wann hängst du nicht nur mit Sabini, sondern auch mit Malfoy ab. Hermine rollte erneut mit den Augen. Du bist nur der Meinung, dass wir zusammen gehören, weil die ganze Schule dieser Meinung ist. Nur weil wir zusammen waren, heißt das nicht, dass ich dein persönlicher Hausaufgaben-Hauself bin. Ich habe Schluss gemacht, weil ich es für das Beste halte und ich habe lang genug darüber nachgedacht. Antwortete sie eine Spur gelassener, als sie eigentlich war. Fängst du schon wieder mit den blöden Hauselfen an? Sie wollen arbeiten, Hermine, rief Ron. Du setzt dich immer noch für die Rechte der Elfen ein? Finde ich cool. Kann man dir irgendwie helfen? Fragte Draco Hermine und ignorierte somit Ron komplett. Klar, ich würde mich freuen, wenn mich endlich mal jemand unterstützen würde, freute sie sich ehrlich und drehte sich von Ron weg. Blaze erhob sich und deutete auf den Ausgang. Dort geht's raus. Hier will keiner mit dir sprechen, Weasley. Zischte er und sah Ron mit seinem besten Todesserblick an. Ron zuckte zusammen, machte noch einmal den Mund auf, überlegte es sich dann aber anders. Dich unterstützt da wirklich niemand bei? Ist den Leuten dann so egal, dass diese armen Wesen zu viel schuften und Dinge machen müssen, die wir Zauberer mit nur einem kurzen Schnippen unseres Zauberstabs erledigen können? Fragte Draco überrascht. Ähm, Leute, ihr könnt eure B.L. für Punkt R. Unterhaltung auch weiterführen, wenn ich weg bin. Jetzt erzähl mir, warum hast du das Wiesel abserviert, Mine? Mischte sich Blaze in die Unterhaltung. Naja, das ist ganz einfach. Gestern hat er verlangt, dass ich ihm meine Hausaufgaben abschreiben lasse. Mit den Worten, dafür bist du doch da. Dann hat es mir gereicht. Das war natürlich nicht der einzige Grund. Mir ging es auch schon seit Längerem auf die Nerven, wie er darauf rumhackt, dass ich mit dir befreundet bin. Ich solle mich von den Slytherins fernhalten, bla bla bla. Ihr seid die Feinde, bla bla bla. Immer wieder die gleiche Leier. Ich war mir eh nicht so ganz sicher, ob ich ihn wirklich liebe. Du weißt schon, kein Kribbeln, kein Nervössein, kein... nichts. Sie zuckte mit den Schultern. Danke für die Aufklärung. Jetzt sagst du mir bitte noch, wer die nächste auf der Liste ist, damit ich abdüsen kann. Grinst der Blaze. Ich denke, du solltest mal mit Melinda Betrecht reden. Sie ist aus Hufflepuff und in der Fünften. Dumm wie Brot, also sollte dich das nur drei Minuten kosten. Dann kannst du zu deiner Liebsten. Kicherte sie. Blaze sah sie kurz finster an, drückte ihr dann aber einen Kuss auf die Wange. Du bist die Beste. Lachte er und verschwand. Was war das? Fragte Draco. Ach, unser lieber Blaze legt gar nicht so viele Weiber flach, wie alle denken. Er ist sogar seiner Liebsten sehr treu. Es ist nur sein kleines Geheimnis, mit wem er zusammen ist. Und wir fanden es am schlauesten, ihm ein Betthäschen-Image zu verpassen. Wir haben eine Liste gemacht, auf der alle in Frage kommende Kandidatinnen draufstehen. Zu denen geht er, flirtet ein wenig mit ihnen, setzt ihnen ein paar falsche Erinnerungen ein und schwuppdiwupp kann er zu seiner Freundin und in der Schule geht das neueste Gerücht von Blaze Eroberung rum. Grinste Hermine breit. Aber jetzt erklär mir bitte, warum du auf der Seite der Hauselfen stehst, obwohl ihr selber welche habt? Fragte sie und beugte sich interessiert nach vorn. Ich habe sie nie wirklich gern für mich arbeiten lassen und sogar heimlich geholfen. Aber natürlich so, dass weder meine Eltern noch die Elfen was mitbekommen haben. Erzählte er ihr und beugte sich auch dichter rüber, damit er nicht so laut sprechen musste. Sie blickten sich in die Augen und versanken in dem gleichen Augenblick. In Hermines Bauch gegen sie entstand das wohlige Kribbeln, welches Draco schon lange bei ihrem Anblick empfand. Du bist wunderschön, hauchte er und näherte sich ihr weiter. Du auch, mummelte Hermine und hob eine Hand, um durch seine Haare zu fahren. Sie musste einfach wissen, ob sie genauso weich waren, wie sie aussahen. Sie waren so weich und ihre Hand blieb danach an Dracos Wange liegen. Ich würde dich zu gern küssen, murmelte er gefangen in ihrem Blick und schmiegte sich in ihre Berührung. Dann tu es doch, hauchte sie. Ihre Gesichter näherten sich immer weiter. Ein lautes Räuspern unterbrach die beiden und sie fuhren ertappt auseinander. Die Sperrstunde beginnt in fünf Minuten und sie sollten jetzt in ihre Häuser zurück, meinte Madame Pince. Schnell packten Hermine und Draco ihre Sachen zusammen und liefen, ohne sich zu verabschieden, in ihre jeweiligen Gemeinschaftsräume. Draco wartete in einer Ecke und beobachtete die Vorbeikommenden. Da erblickte er den süßen Lockenkopf, der ihm die letzten Tage nicht mehr aus dem Kopf ging. Als sie an der Nische vorbeiging, zog er sie in die Dunkelheit. Du machst mich wahnsinnig, raunte er ihr ins Ohr. Draco, hauchte sie und lehnte sich gegen ihn. Sag mir, dass du mich auch nicht mehr aus dem Kopf bekommst, hauchte er in ihren Hals. Nicht eine Sekunde, murmelte sie. Dann spürte sie auch schon seine Lippen auf ihrem Nacken. Er setzte kleine Küsse auf ihren Hals und biss sanft hinein. Hermine keuchte leise. Dann drehte Draco Hermine mit einem Ruck herum und küsste sie wild und zärtlich zugleich. Sie klammerte sich an seinen Hals und er drückte sie gegen die kühle Mauer. Ich will, dass du mir gehörst. Grollte er und küsste sie wieder. Ich bin hier schon lange verfallen, murmelte sie und stöhnte wieder leise auf. Sie legte ein Mufliato um sich und gab sich dann ganz seinen Berührungen hin. Seine Hände erkundeten ihren Körper. Sie massierten ihre Brüste und glitten dann über ihre Taille hinab bis zu ihren Knien. Mit beiden Händen fuhr er ihre Innenschenkel hinauf und Hermine wimmerte an seinen Lippen und krallte ihre Hände in sein helles Haar. Mit einem Finger fuhr er über den feuchten Stoff von ihrem Lustzentrum. Sie stöhnte laut auf und drückte ihre Mitte seiner Hand entgegen. Vorsichtig schupperte den Stoff zur Seite und drang mit einem Finger in sie ein. Er löste sich von ihren Lippen und küsste ihren Hals bis zu ihrem Ohr. Ich will dich. Jetzt und hier. Flüsterte er ihr ins Ohr. Dann biss er ihr in ihr Ohrläppchen. Sie dachte überhaupt nicht nach und stimmte einfach zu. Ihr Körper stand in Flammen, was seine bloße Anwesenheit schon auslöste. Mit flinken Fingern zog er ihr das Höschen aus und öffnete seine eigene. Bist du dir sicher? fragte er noch einmal. Schließlich waren sie am helllichten Tag in einer Nische im Schloss und hunderte von Schülern gingen an ihnen vorbei. Ja, bin ich, aber bitte, sei vorsichtig, ich bin noch Jungfrau. antwortete sie heiser. Er musste hart schlucken. Ich sollte aufhören, nuschelte er und versuchte einen Schritt nach hinten zu machen, aber Hermine hielt ihn fest. Bitte, ich will dich. Jetzt, flehte sie. Er versuchte doch noch mal einen Rückzieher zu machen, doch ihre kleine Hand löste sich aus seinem Haar und glitt zu seiner freiliegenden Erektion. Sie umschloss ihn vorsichtig, unsicher und bewegte ihre Hand dann leicht auf und ab. Draco stöhnte laut auf und rückte sie dann wieder gegen die Wand, während er sie leidenschaftlich küsste. Mit beiden Händen griff er unter ihre Schenkel und hob sie hoch, während seine Eichel gegen ihren Eingang drückte. Ich werde vorsichtig sein, meine Fee, murmelte er und drang langsam und behutsam in sie ein. Hermine spannte sich leicht an und Draco hörte sofort auf, sich zu bewegen. Du musst dich entspannen, meine süße Fee, raunte er ihr zu und fing an, wieder ihren Hals zu küssen. Hermines Kopf fiel gegen die Wand und sie entspannte sich, als sie sich seinen Liebkosungen wirklich endgültig hingab. Sie stöhnte laut auf und das nutzte Draco und stieß mit einem festen Stoß in sie. Beide spürten, wie das Jungfernhäutchen riss und sie wimmerte leicht. Der Schmerz geht gleich vorbei, Liebling. Beruhigte er sie. Ich liebe dich, wimmerte sie, beruhigte sich dann aber langsam wieder. Ich dich auch, Schönheit, sagte er und begann sich an einem langsamen und stetigen Rhythmus zu bewegen. Durch den Mufliato bekamen ihre Mitschüler das Keuchen und das Stöhnen der beiden sich Liebenden nicht wirklich mit. Hermine riss die Augen überrascht auf und blickte in die sturmgrauen Augen von Draco, als sie kamen. Dieser Anblick zwang auch Draco über die Klippe und er goss sich mit einem erleichterten Stöhnen in sie. Erschöpft fiel seinen Kopf gegen ihre Brust und er atmete schwer, als er sich von dem kleinen Abenteuer erholte. Dann musste er breit grinsen und sah Hermine an. Ab jetzt gehörst du zu mir. Ich lass dich nie wieder gehen. Über Mines müdes Gesicht flackerte ein Augenblick lang tiefe Zufriedenheit und Glück. Bist du müde, meine kleine Fee? fragte er sanft. Ja, hauchte sie. Hast du jetzt noch Unterricht? Sie schüttelte ermattet den Kopf. Dann komm mit, sagte er und führte sie durchs Schloss. Dabei ließ er ihre Hand nicht ein einziges Mal los. Die Schüler beobachteten das Paar überrascht, da bekannt war, dass der Eisprinz von Slytherin niemals mit einem Mädchen Händchen halten würde oder in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten austauschen würde. Blaze hielt die beiden auf ihrem Weg auf. Was habe ich verpasst? Grinste er und musterte das Pärchen. Draco zog die müde Hermine liebevoll in seine Arme und sie kuschelte sich an seine Brust. Min und ich sind jetzt zusammen. Grinste er, seinen besten Freund, etwas verlegen an. Dieser hob seine Hand zu einem High Five. Ihr seid das perfekte Paar. Verbock es nicht. Wenn du ihr jemals wehtust, bekommst du es mit mir zu tun. Lachte Blaze, als Draco einschlug. Musik Untertitelung des ZDF, 2020